ja dann tun wir mal auf übelste weise er fehlen sagen wir die mission ja noch schaffen ach jetzt sehe ich ja schon wieder nicht richtig vielleicht schafft man mit dem proben zu flüchten aber fehlt mir ja hier mein exo panzerskelett dingen was kann schon schlimmes passieren jetzt tipps aus dem trainingshandbuch nicht unter alkohol einfluss autofahren 100 meter naja jetzt müssen wir mal zwei sachen ja wenn wir mal zwei dinger hier machen bevor wir die hauptmission machen können anscheinend komplexe planen von taktik ausrüstung extreme kälte so ganz nebenbei und ich muss gerade ich muss gerade in die türe abonniere abonniere Musik 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 ich kann die aufnahme ja noch kann hat ja noch anders da drin lassen meine sachen irgendwo hier da hinten man muss ja noch weiter zurück ok na aber jetzt kommst du hin oder nicht ich kann ja drin lassen dann sehen die leute hat wie cool gewesen ist die aufnahme an ich kann ja drin lassen mein gott ich habe mich gefällt ich gar nicht gestorben das ist richtig einschneiden ich weiß nicht aber ich war nicht wirklich kurz vorm sterben wir haben nichts zeit verloren irgendwie so war ja ich habe die vorratssinger kaputt gemacht oh was für eine verletzung was für eine verletzung ich müssen ich gehe mal ins terminal ich habe mich erwartet zu überleben richtig also bei uns geklaut hier da war ich aber ein paket bekommen ich gehe dahin wir haben so wir haben so briefkästen der paket lag darauf schon geöffnet leer hat irgendjemand geklaut sagt gesichter noch immer hat war naja sollen sie ja anstellen und mal sagen soll ja wir haben paket für sie weil wir haben extra so fächer mit so briefkästen und so nicht länger der fahrt auf nur typisches ghetto benehmen hier in meiner nacht verschaffen man stürmer nein weiter richtung ziel aber hey keine pürscher mal ein pilz glaube ich ich weiß ja also ja das weg war direkt kaltig war jetzt sehr gut jetzt also ja ja was geht na ja ich habe auf den käfer platziert aber ich will mich ein ich war so noch nicht glaub nicht oder doch ich bin auf gleicher höhe video das wäre so cool gewesen nein das ding ist abgeprägt obwohl aber immer stehen kollege jetzt weg da müssen wir noch mal machen es soll ich rum da ist da hat ich weiß nicht mehr ja emotionale probleme der stürmer da sind ja fertig so bist du in gewisse ich bin voll meine ich glaube also klar da sind wir von einem abspacken wenn ich nicht über dich laufe irgendwas ich habe raus und so nah ich weiß nicht ich nehme an lag schon irgendwie seit morgen also haben sie zum paket abgeliefert keine ahnung wenn wir sehr negative bewertungen von mir gehen ich auch noch nicht gehabt passiert ja man mache ich ja alles kaputt ich hoffe nur durch die gegend ich glaube einfach nur durch die steine und die ganzen steine fliegen in die luft aber auch ein paar spitzen und weiße maus da war ein überquels und zwei seiten proben übrigens da ist noch weiter da oben lang doch so flüchtig ich habe noch nicht mitbekommen ich weiß noch so 1 irgendwie treffe ich sie mit dem dinger nicht wenn du seine granate reinwerfen wird nein hier ist ja gar nicht nein geht auf mich los ich habe noch vier raketen und ich würde am liebsten mit der ziel 13 proben und neuen noch mal den bohrern man doch kollege gibt doch gar kein falsches so gut wie gar kein meistens bekomme ich zu viel schaden komischer manchmal natürlich von voll kleineren orten springt bekommen mehr schaden als wenn ich irgendwie von so einem ganzen berg dauer da war man aber wir sind die raketenausgang nein ist er absolut auch mein mecker losgegangen ok aber immer genau da stehen ich habe meinen links geschossen meint man geht mir vielleicht bis darauf vorgelaufen aber so ein knopf drücken man ja ich habe den klopf sogar gedrückt sehr gut nein nicht auf mich nein leute geht mal weg ich habe den nachschul auf den geworfen auf den bm auf ja ich komme ich komme ich dazu meinen raketenwerfer hatte naja was geht naja ich schieße schon auf die aber na ja wir halten wir hinaus die reden sich die ganze zeit um zu dir so entschuldigt nur einen moment so normal ist noch keiner geht mehr da ist noch einer ich nehme ein mecker und gehen nach hause ja genau deswegen habe ich ab ich gehe zur überkehrung auch und da naja warum wenn der himmel auf einmal rote ich würde daran auch richtung evakuierung zu gehen ja ich bin auch sehr schwer schon dabei ja gott nach den schwimmen und besser ja mal kommen also da lang ist auch noch irgendwas irgendwas nicht backlöcher keine ahnung sind ja keine gegner mehr oder bleibt sowieso die ganze und schießt alles kaputt hier fünf mal gesagt ich jetzt noch ja doch ja auch natürlich ist ja nicht nach vielleicht nicht ja ja leute steht alle genau davor aber vorliegen die wand gerannt hat er mich ich nehme an ich soll jetzt auf den landen ich glaube da gelandet hat auch nichts zu machen ist ein weiterer seite tat mit dem problem ich auch nicht da war man und das ist meine promotion wahrscheinlich aus dem gebiet raus gegangen also ich bin richtung ich bin schon evakuierung in der nähe ich bin ja so weit von toren an die frauen werde ich verliere ich lehne mal weiter weg merklichkeit ja ich muss ich weiß nicht in welche richtung ich werde etwas vorgabe in riesigen blauen lichter sind nicht mehr gehe ich habe ja nichts spuren speier da wäre ich okay mal so gemacht da kommen wir zum taxi sind viele gegner dann sollte er davon weiten irgendwie nicht so groß aus so hat sie mir auch der taxi er lebt noch gott auf der stand kollega drei minuten warten ist klar ja schon wieder ein totalen titan das trotzdem total ist alles fertig ja 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 mein gott man kann das doch lenken ist klar ja ich habe eine probleme ich gehe sofort zum schaden das ist ein paar sekunden noch ausgewickelt man proben sind jetzt nicht das problem die kann man das fahren mein gott sowieso kann er wieder nennen ihr macht das ja nur wegen den ruhm weil ich noch mehr leute rufen man naja kommen und davon einen schlaf direkt ich bin auch voll tanki und so ja ich werde einfach versuchen die pro main zusammen abzuhauen wir sind da in der nähe also niemals jetzt wollen wir auch nicht mehr rufen ich will auch doch das war doch voll einfach ja 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 okay ich nutze jetzt müssen wir noch evakuieren so verschwitzen okay aber ist das hier ja ich habe spaß wachst du mich da du bist ja jemand du bist ja die ganze zeit sich am aufbringen wenn was schief leicht ich will die ganze lachen bei dir bin ich bin die sicher 26 jetzt aber heute nicht mehr ja das war die letzte operation auch noch schaffen ja ich lege eine problem aber wir kriegen wir ja nicht ich weiß nicht wo die sind ja ganz viel blauen steine was haben wir alles was eine rettungskapsel das ablenkt jetzt ist mein mecker auf mein ding drauf gelandet auf meinen raketenwerfer irgendwie sind ja ein bisschen am klatschen bei mir irgendwie so irgendwie am surfen manchmal mein gott kaputt da muss da schon herr für meine raketen verbandet bin ich auch mein gott bevor ich die gegend geballert hat er gestorben was im weg der knochen mein gott wieder von den kunden nach wir müssen ja platzieren mein gott wieder kommt dann auch von dem das habe ich gar nichts mehr ich war gerade ausgestiegen ich stecke da fest da ja was geht na drehe ich mal zu mir um das ist ja trotzdem nicht so gut sehr gut ich glaube nicht mein gott ich will schon mal weiter ein bisschen ja ich meine ja da sind schon wieder ganz viel gegeben in der richtung alles klar eine weitere frage so dass wir noch fest zeugs müssen wir auch hin glaube ich ja dann gehe ich mal mit einem bang rein das war irgendwie nicht gewählt aber ja nein und weg weiter dann sagt es hier müssen wir wieder machen ok so tut man ein paket abliefern aber in den briefkasten rein so schwer ja gott ja 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 man kann schon mal richtung anderes ist am anderen ende der karte das ding muss man sagen in die richtung ja 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 der blöden kleinen fischer geht halt kleinlich irgendetwas aber gerade so ein bisschen stürmer fliegen sollte bitte nicht ein paar ich habe gar keine sachen ein paket muss man im paket mussten wir abliefern muss nach sporn und dann müssen wir abliefern klar sei nachschub jetzt augenbildungen dauert jetzt ganz sicher auch wieder so ein pilz irgendwo das ganze nachgelandet der ist jetzt aber ein löchern leute sind die feurrede nein heißt das muss nachgeladen werden man ich will es hierbei durch anhand scheint die ganze zeit gegner kommen wahrscheinlich leute ich verstehe mich wir sind so viele gegner ja ich nehme vielleicht an lässt ja noch mit ich habe die klinge ab wenn wir gehen die spritzen die ausfälle gleich sterben also nebenbei da waren schweres wir sind gar nicht da lang müssen da lang der mich hier verfolgt da okay kann man da so kurz rüber gehen muss er jetzt drücken aber ja ja ich komme nicht rein ich bin tot und die proben sind weg nein ich habe klettern gedrückt aber der hat nichts gemacht ja geh doch nicht noch mal da rein und der trinkt jetzt auch da ist meine waschen weg genau deshalb wollte ich da nicht rüber genau deshalb wollte ich da nicht rüber zeig mir den schweiz ja dann die das kriegst du jetzt nicht mehr geh da raus obwohl meine sachen sind doch cool dann hervorragend sind da sind sie nicht da sind sie doch ich habe mich ein bisschen geglitscht der gerade jetzt aber gleich sterben gott ja ich habe sowieso mit einem waffen nicht klar ich habe die vorher loslassen hat die gar nicht geschossen ja weil sie ja nicht so ist ja meine sachen man mein gott naja einfach so ein vorbeigeigen ja ich habe noch meine proben und dann zum mission c hier wieder ja und deswegen bin ich immer rennen na ja ja aber das wäre zwar nicht aber wir gehen jetzt weiter das hatte ich schon gewalt ja von 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 da abgeschossen da sind wir schon das bin ich mir ziemlich sicher da muss man sowieso ein naja da ist irgendwie was wenn ihr werdet der pirsche auspassen ist ein bisschen safe reingehen man machte mal bitte kaputt ich darf die mit meinen raketen normalerweise aber nicht oh gott so werden wir machen mal den kaputt ich muss ja computer sachen machen ich habe auch nichts außer meinen mecker jetzt gerade aus dem sind der gegner bald na sagt kaputt gekotzt ich habe mich noch nicht am terminal angemeldet ich werde noch mal das das ist ein knopf drücken wenn er nicht mein mecker kaputt gekotzt hätte nein da musst du mich direkt ankotzen war nur ein zwei dinge an der wache naja genau so ich bin noch mitten durch dann durch bei neben dem ding ist irgendwie nichts anderes hier irgendwie sollte für jetzt mache ich dann angekotzt er mich kaputt da geht erst kaputt naja nicht wirklich nach hause ich dachte naja wir sind auch wirklich mann sind auf die bürger konzentrieren wird noch mal gehad das ist aber so weit weg ich habe zwölf und sechs glaube ich da hinten kommen soll bei mir ist alles hier am nachlagen gerade ja mein rucksack habe ich auch nicht mal kämpfen wir haben bisher ich bin leichter noch mal einen umgang ja im umweg naja was geht naja was aber nicht gut war nicht gut glaubt den drauf gelandet ja da sind nicht reingewacht deswegen möchte ich die ganze zeit am rennen lassen ich weiß noch die leute hier beschützen irgendwie überlebt drei minuten kann man müssen ja ich habe genau den seiten tank getroffen ja da musst du rennen ja ich habe ja mein gott ja ich weiß ja machen wir die türen auf die ganze zeit da auch ein paar überleben immer dann einfach zu einem tür zu anderen wenn manche werden schon überlegen ich habe nur meine granaten explosion nachdem sie so gesagt haben auch die helder im vorräten war die tür auf die durchmacht die dürfen aber nicht so gut die helder was sind hier um und zu nein mein geschützt war also ich dachte ich krieg irgendwie geld abgezogen naja außerdem stimme ist eigentlich nichts gefährliches ja so müssen wir mal mit dem klarkommen ich kann nichts gegen die machen ich habe meine kenne machen ich habe gar nichts nach dem gegner okay kommen wir mal nur noch okay wo man nur sechs stück verdammt hier sind mehr gegner von einem das hat war ich na ja irgendwas kommt mich gerade an warum das sind nicht die insekten an sich hier kann man das stück schon vier leute nur noch super nein die laufen alle ins gift rein die leute na ja ich tue auch so die einige von den leiden los kommen hallo ist noch vier leute dann geht doch wieder alles hier wenn man neu platziert ja ja damit haben wir die apporten abgeschlossen kaputt zeug sich die gegend fliegt ja weil so viel von diesen sekten gesehen man nicht schon noch einen von den den kopf beschissen ich weiß nicht wo du schon bei anderen gehst ich kann diese probe nicht einsammeln man ich bin hier wieder in der höhe ich nicht so mein gott weiß das war das sehenswürdig ich habe gerade keine zeit für dich dann ich habe gerade den stress meines leben sehen wirst du denn da auch reden mann ich bin ich bin ich bin gerade ausgegangen weil wir waren ja 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 es ist ja für geäußern so auch wieder drei minuten mann wir haben es geschafft wir haben es geschafft ich kann es nicht mehr weil warum stehst du mir immer im weg nein er ist an dem blöden ding abgeprallt sie hat mich hier verfolgt die proben ja 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 jetzt kommt der pelikan ja 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 ich auch mein feuerwerk mein feuerwerksgranaten haben auch eine menge von ihnen erledigt hier wird gehört aber keine einzige gibt es doch einfach nicht man schon machen wir ja daher so wenig waren müssen wir noch mal höhren schweigt ganz klar ich habe schon erzählen unmöglich freigeschaltet weiter meint ihr noch immerhin statt hier holen 10 kriegen ja kein einziger mann